Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, quasi, naja, ist keine Serie, aber auf jeden Fall ist es das Photoshop Tutorial, das ihr euch gewünscht habt. Ich habe ja in der Folge, wo ich gezeigt habe, wie ich aufnehme, ich nehme übrigens hier auch wieder mit Screenflow auf, gefragt, ob ihr sowas wollt, dann wolltet ihr sowas und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich sowas mache. Also, wie ihr seht, so sehen meistens hier meine Enderkits Thumbnails aus und ich zeige euch einfach mal, wie ich jetzt so ein Thumbnail machen würde. Also ich gehe hier, öffne erstmal Photoshop, ich habe Photoshop CC, das ist glaube ich ein bisschen anders als Photoshop CS6, ich bin mir da nicht sicher, denn ich benutze meistens nur das hier. Gut, dann geht ihr da oben einfach mal auf Datei, Neu und gebt einfach mal einen Namen ein. Ich gebe da jetzt einfach ein YouTube Thumbnail Twitter. Und meistens mache ich es in 1280x720, das ist eigentlich die perfekte Größe fürs Thumbnail. So, dann klickt ihr hier einfach mal auf OK und dann habt ihr hier so ein transparentes Fenster. Gut, jetzt haben wir hier ein transparentes Fenster, aber sagen wir mal so, was bringt sich dieses Fenster hier jetzt, wenn wir zum Beispiel nichts hier haben, ja. Deshalb brauchen wir erstmal einen Hintergrund, ja. Jetzt sagen wir mal, ich habe hier zum Beispiel heute timolianische Spiele aufgenommen. Genau, machen wir doch einfach mal gleich das Thumbnail, das heute für die timolianischen Spiele kommt. Und zwar gehe ich dafür in den Finder, gehe zu und dann drücke ich hier auf Alt, dann komme ich hier auf Library, dann Application Support, Minecraft, wo ist das denn hier? Und dann gehe ich einfach mal in, 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 wo haben wir es hier? Screenshots? Oh, Servers, nein. Screenshots, genau. Dann gucke ich einfach mal, da habe ich hier so ein schönes Bild gemacht und das ziehe ich dann einfach mal hier rein. Wie ihr seht, es ist noch ein bisschen zu klein, deswegen fülle ich einfach mal hier so die Ecken. So. Ja, das ist schön. Ähm, und da ich nicht möchte, dass es irgendwie so, ähm, dass es so sichtbar ist, weil es sonst die Leute sich gerne verirren, gehe ich hier einfach mal auf Filter, Weichzeichnungsfilter und auf Gauscher Weichzeichner. Ich habe dann meistens so 3%. Ich würde sagen, da hier Leute im Hintergrund sind, mache ich das jetzt einfach mal auf 5% und drücke OK. Das macht diesen verschwommenen Effekt, ja. Ja, dann, ähm, gehe ich hier auf neue Ebene erstellen und wie ihr wisst, benutze ich immer so einen Rand, ja. Und da, ähm, muss ich jetzt ganz schnell die Datei suchen, hier. Ähm, hier seht ihr erstmal hier meine, ähm, Enderkits Photoshop-Datei, die ist nämlich riesig. So, jetzt muss ich erstmal hier diesen Rahmen hier suchen, Rahmen, wo steht dann Rahmen, 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 Rahmen. Ähm, hier, hier haben wir den Rahmen. Dann, ähm, dann, ähm, kopiere ich mir den hier meistens raus und weil ich soll den eigentlich mal extra abspeichern. Und dann füge ich ihn mit Steuer, ähm, mit Steuerung und V oder Command und V auf Mac hier ein. Dann habe ich hier schon mal so einen schönen Rahmen. Und, ja, gut, dann würde ich sagen, fügen wir einfach mal hier ein Minecraft-Logo ein. Ähm, Minecraft-Logo, da habe ich einfach das hier. Das benutze ich meistens, würde ich sagen, ja, packe ich es einfach mal hier hin. Äh, ja. Ja, das, hier ist es ganz okay. Okay, dann, ähm, mache ich wieder eine neue Ebene. Das könnt ihr machen, indem ihr hier unten draufklickt. Dann suche ich noch schnell meine, ähm, hier meine Cinema 4D-Datei. Ähm, die packe ich dann auch einfach hier rein und, ähm, ziehe die meistens dann ein bisschen kleiner, weil sie einfach viel zu groß ist. So, gut. Gut, dann ziehe ich die erst mal hier unter die Ebene, sodass man jetzt nicht unbedingt, ähm, die Füße vor dem Rand zieht. Dann mache ich es noch ein bisschen kleiner hier. Pack das einfach mal, äh, wo soll ich es denn hinpacken? Ich würde sagen, ähm, ich packe es einfach mal so. Ja, so ist okay. Okay, ähm, dann, ähm, mache ich hier einfach mal einen Doppelklick drauf, gehe auf Kontur, ähm, nehme mir hier einfach mal die weiße Farbe und gehe hier dann auf 5. Das macht dann meistens so noch so einen kleinen Effekt, sage ich mal. Gut, ähm, das hätten wir dann, aber die Leute wollen ja auch wissen, spielst du jetzt Minecraft? Na toll, Minecraft, ähm, ich bin Minecraft-Kanal und, ähm, man sollte halt auch wissen, welchen Spielmodus ich gespielt habe. Deswegen gehe ich hier einfach mal auf eine neue Ebene, wähle das Textwerkzeug und gebe hier einfach mal ein, ich soll es vielleicht ein bisschen größer machen, ungefähr so, ähm, Timolianische Spiele. So, das hier ist natürlich jetzt ein bisschen zu groß, aber wir machen das einfach so, zack, ähm, das sieht dann gleich schon ein bisschen besser aus. Ja, ich soll es vielleicht doch noch ein bisschen kleiner machen. Besten, ich packe es hier so hin. Die Schriftart passt mir eigentlich schon ganz gut, das ist die Tunisch-Schriftart, wenn ihr wissen wollt, wie die heißt hier, Tunisch. Ähm, dann klicke ich hier meist doppelt drauf, upsale, das war, das war falsch, stopp, stopp, Thomas, stopp, so. So, hier klicke ich einfach mal doppelt drauf, gehe hier erstmal auf Schlagschatten und dann auf, ähm, Verlaufsüberlagerung, hier bitteschön. Und hier habe ich mir, ich weiß nicht, Millionen von Verläufe runtergeladen, wie ihr hier sehen könnt, sehr, sehr viele Verläufe. Und dann gehe ich da einfach mal so oft durch und gucke mir so, ja, was würde denn da jetzt gut passen, was würde jetzt nicht zu sehr, ähm, irgendwie, dass es nicht zu unauffällig mit dem Hintergrund verschmilzt. Ähm, gucken wir einfach mal, was sich da so ergibt. Das Blau finde ich eigentlich ganz geil. Ähm. Naja, das sieht auch geil aus, aber da der Skin im Hintergrund fast dieselbe Farbe hat. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen hier dieses Blau, dann gehe ich meistens noch auf Kontur, zack, wie ihr seht, der hat jetzt da so eine schöne schwarze Kontur. Die mache ich hier einfach mal auf zwei Pixel, damit die nicht so stark ist. Klicke auf OK und ich möchte das Minecraft-Logo aber noch ein bisschen weiter oben haben. Stört mich so ein bisschen und das hier können wir auch noch so ein bisschen verschieben. Und ja, das war's eigentlich auch schon vom Thumbnail. Jetzt zeige ich euch noch, ähm, wie ich das abspeichere. Und zwar gehe ich hier einfach auf Datei für Web speichern und, ähm, wähle das im PNG 24er-Modus aus. Hier 1.280x720 eingeben, auf Speichern. Dann gebe ich dem noch einen Namen und zwar Timolianische Spiele. So. Äh, dann gehe ich hier einfach mal auf Sichern und... Und dann haben wir hier dieses Thumbnail. Ihr seht genau den selben Rand, den ich hier, wie gesagt, auch habe. Natürlich, ähm, hat's hier noch ein bisschen einen anderen Effekt, weil hier einfach die Schrift viel mehr bearbeitet ist. Aber da ich das ja sowieso als Vorlage für Enderkits habe und das nur für Enderkits nutze, passt das hier. Ähm, ja, ich finde das Thumbnail eigentlich ganz schön. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Ähm, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Was ich jetzt aber noch ganz kurz ansprechen möchte und zwar... Danke erstmal für 600 Abonnenten. Dann haben wir hier jetzt schon fast die 700 Abonnenten. Leute, es ist unvorstellbar. Niemals in meinem kompletten Leben hätte ich damit gerechnet, dass ich irgendwann mal auf YouTube 600 Abonnenten erreiche. Oder geschweige jetzt dann vielleicht demnächst sogar 700 Abonnenten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich euch danken kann. Ähm, ich muss jetzt echt die Verlosung machen, sonst haue ich mir eine rein hier. Dann habe ich hier noch mal ganz kurz erwähnt. Hier, das hier. Das hier könnte ich vielleicht noch öffnen. Ähm, und zwar habe ich hier meine Twitter- und Facebook-Seiten. Ich möchte euch das hier einfach mal ganz kurz zeigen. Gut, ich bin auf Facebook jetzt nicht unbedingt sehr aktiv, ja. Ähm, ich habe hier 15 Gefällt-mir-Angaben. Aber ich sage mal, das ist... Ich bin hier so inaktiv. Ähm, ich weiß noch hier, am 28. November 2013 habe ich die 200 Abonnenten geknackt. Ähm, und da habe ich sogar geschrieben, als Last Team Sending gestartet ist. Mit dem neuen Projekt möchte ich auch mehr auf Facebook posten. Hab man ja gesehen. Ich habe hier gar nichts mehr gepostet. Ich weiß nicht, warum ich auf Facebook so inaktiv bin. Ich möchte jetzt aber wirklich ab diesem Video hier jetzt wieder alle Videos auf Facebook posten. Wo ich aber sehr, sehr aktiv bin, ist Twitter. Und ihr könnt mir da einfach folgen. Und zwar heiße ich da einfach Ed Bumstoggy und heiße hier einfach Thomas Bumstoggy. Ich habe hier ein Real-Life-Bild von mir drin und meinen hübschen Banner. Ähm, Link vom Designer natürlich in der Videobeschreibung. Ähm, hier. Gehen wir einfach gleich mal auf seine Seite, würde ich sagen. Hier, das hier ist der liebe Designer, der für mich, ähm, auch diesen Banner gemacht hat. Also ich kann einfach nur, ähm, sagen, es sieht einfach nur Hammer aus. Äh, ja. Wie soll ich sagen? Es sieht einfach nur geil aus. Und er hat sich da richtig viel Mühe gegeben. Und deshalb, ähm, schaut einfach mal bei ihm vorbei. Und wenn ihr Lust habt, dann macht ihr euch sicherlich ein Design. So. Also nochmal zurück zu meiner, ähm, Twitter-Seite. Ja, hier ist meine Twitter-Seite. Hier poste ich eigentlich so gut wie alles, was ich gerade mache, was ich, ja, keine Ahnung. Ja. Lass uns einfach jetzt zusammen etwas posten, ja, Leute? Lass uns zusammen etwas posten. Ähm. Poste das gerade unter dem... Nee, nee, nee. Poste das gerade, obwohl ich dabei aufnehme. Auf... Nehme. So. Und dann schicke ich das jetzt einfach mal ab hier. Und schon habe ich wieder was gepostet. Ich finde einfach Twitter so geil, weil es einfach auch so unkompliziert ist. Also wenn ihr da Bock habt, dann kommt einfach und, ähm, folgt mir hier. Hier wird auf jeden Fall immer stehen, ähm, ob hier mal ein Video ausfällt oder nicht. Gut, dann kommen wir zu meiner dritten Seite und ist das, und zwar ist das Instagram. Ich poste hier, also wenn ihr Bock auf solche, auf solchen Real-Life-Shit und sowas habt, dann liked einfach hier am besten Instagram. Hier poste ich von mir Sachen, wo ich gerade bin, ein paar Selfies und solche Sachen, die man eben auf Instagram macht. Und, ähm, hier zum Beispiel mein, ähm, Profilbild oder so. Oder Leute, ich muss euch das Bild hier auch sagen. Ja, das war meine Katze, beziehungsweise die Katze von meinem Bruder. Und, ähm, ihr Gesicht ist mega angeschwollen gewesen. Die war dann so dick angeschwollen, das war nicht mehr normal. Auf jeden Fall, ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr hier auch gerne mal vorbeischauen. Die Links sind immer in meiner Videobeschreibung. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, ähm, ich bin hier gerade noch im Rotpilz-TS. So, Quarz, muten. Äh, hier habe ich auch noch WoW offen. Was ist hier los? Nein, das wollte ich gar nicht. Äh, hier, wo ist Photoshop? Hier ist Photoshop. Gut, Leute, ich würde einfach mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr das Thumbnail cool findet, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Und, ja, ich würde einfach mal sagen, das war's. Haut rein und ciao!